Und in Berlin begrüße ich herzlich Rüdiger Lokassen, verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Herr Lokassen, wenn wir über den Wiederaufbau in der Ukraine reden, dann müsste man doch eigentlich auch die Reparationszahlung Russlands einrechnen. Rund 200 Milliarden Euro Vermögen der russischen Zentralbank sind in westlichen Ländern eingefroren. Das könnte man doch eigentlich auch für den Wiederaufbau nehmen. Wie ist da Ihre Haltung, die Haltung der AfD? Also ich komme gerade aus dem Verteidigungsausschuss. Der Verteidigungsminister hat zur nationalen Sicherheitsstrategie vorgetragen. Ich kann ihn nicht zitieren, aber das Papier ist bekannt. Und es ist klar, es geht eine sehr, sehr große Belastung und kommt eine große Belastung auf Deutschland zu, was den Wiederaufbau anbetrifft. Und welche Mittel dazu zu verwenden sind, rund 400 Milliarden aller Geberländer zusammenzubekommen, das ist eine enorme Herausforderung. Aber eines muss klar sein, bevor der Wiederaufbau beginnt, muss erst der Krieg beendet werden. Es muss eine Friedensinitiative her. Deutschland, diese Regierung, die deutsche Regierung erstellt jetzt eine Roadmap für den Wiederaufbau. Ich vermisse eine Roadmap für eine Friedensinitiative, für Friedensverhandlungen. Aber da sind sich doch nun viele Expertinnen und Experten einig. Diese Friedensverhandlungen wird es mit Russland erst geben, wenn tatsächlich Russland mehr oder weniger dazu gezwungen wird. Und da möchte ich jetzt nochmal auch nochmal ein bisschen vielleicht nochmal Ihre persönliche Haltung abfragen. Gestern hat Ihr Parteivorsitzender zum Beispiel gesagt, durch die Waffenlieferungen an die Ukraine würde man den Krieg noch befeuern. Und er hat auch gesagt, die Grünen würden uns in den Dritten Weltkrieg führen. Sehen Sie das genauso? Herr Asam, keiner kann sagen, ob Waffenlieferungen nicht eher zur Eskalation beitragen oder ob sie tatsächlich einen Siegfrieden herbeiführen. Ein Siegfrieden über die russische Föderation ist nicht möglich. Das ist eine Utopie. Und deswegen muss man auch in dieser Situation eine Initiative ergreifen, und zwar im Waffenstillstand zu kommen. Wo ist da Deutschland? Wo ist der deutsche Bundespräsident, der letztlich ja als Außenminister auch die Verhandlungen zu Minsk 1 und Minsk 2 geführt hat, der ein freundschaftliches Verhältnis hatte zu dem russischen Außenminister Lavrov? Wo ist er? Wo sind Initiativen? Also nicht nur über Waffen, über Krieg und auch über Wiederaufbau reden, sondern erstmal über Frieden. Das ist eine Forderung. Wenn wir aber über Frieden reden wollen, dann würden Sie sagen, man müsste jetzt erstmal einen Waffenstillstand herbeiführen. Das würde doch auch bedeuten, dass die Ukraine ihre territoriale Integrität aufgeben müsste. Also hierfür hat und hierzu hat die AfD-Bundestagsfraktion ja einen klaren Friedensplan erstellt, der hier aufzeigt, wie das möglich ist. Und zwar die Besetzten oder die jetzt im Krieg befindlichen Oblasten unter ein Protektorat der OSZE zu stellen und über die Krim später zu verhandeln. Man muss einen gewissen Zustand erstmal einfrieren, wenn man einen Waffenstillstand hat und auf dieser Basis dann Friedensverhandlungen führen. Aber man kann nicht sagen, erst muss das ein oder andere Land gewinnen, ohne zu überhaupt zu wissen, wie es geht. Und keiner, und nochmals keiner kann sagen, dass mit mehr Waffen dieser Krieg beendet werden kann. Sie waren ja nun selber jahrzehntelang bei der Bundeswehr, sind ja oberst AD auch und kennen natürlich auch die Verteidigungspolitik und auch verteidigungspolitische Instrumente sehr gut. Ein Waffenstillstand, wie Sie den ja jetzt gerade fordern, das wird ja immer wieder auch gesagt, würde einfach nur Russland nutzen, nochmal seine Truppen und seine Militärindustrie neu zu ordnen. Das müssen Sie doch auch einsehen eigentlich. Das gilt aber für beide Seiten, Herr Rasem. Auch eine ukrainische Seite kann in dieser Phase die Ausbildung ihres Militärs durch westliche Hilfe weiterhin vorantreiben und auch westliche Waffensysteme können zugeführt werden. Also das gilt für beide Seiten. Es nützt aber nichts. Der Zustand muss erstmal eingefroren werden, um miteinander zu sprechen. Und ich sage mal, China ist ja immer der große Elefant, der im Raum hängt. China zeigt es ja, dass es geht. China erarbeitet sich eine quasi neutrale Stellung, steht drüber und zeigt auf, dass sie der Vermittler für Friedensverhandlungen sein können. Aber wir müssen ein europäisches Interesse haben. Deutschland muss ein europäisches Interesse haben, eine eigene strategische Autonomie, aus der heraus auch Friedensverhandlungen geführt werden können. Dass die USA und China eigene Interessen haben, ist vollkommen egal. Aber ich vermisse die eigenen Interessen Deutschlands. Die will ich formuliert haben. Der Krieg ist in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Und es geht nicht nur um den Wiederaufbau. Es geht ihnen erstmal darum, diesen Krieg zu beenden. Also eine quasi neutrale Haltung Chinas ist schwierig zu beobachten, weil bisher ja immer die offizielle Verlautbarung aus Peking ist. Wir stehen an der Seite von Russland. Aber ich möchte jetzt noch gerne nochmal mit Ihnen auf ein anderes Thema kommen. Gestern der Verfassungsschutzbericht 2022, vorgestellt vom Verfassungsschutzpräsidenten. Und in diesem Verfassungsschutzbericht wird auch gesagt, dass von den Mitgliedern in der AfD, in ihrer Partei, rund 10.000 dem extremistischen Lager zugeordnet werden. Sie sind jemand, ich habe da auch heute Morgen nochmal auf Ihrer Internetseite nachgelesen, der gesagt hat, die AfD steht für Rechtsstaatlichkeit. Wie passt das zusammen? Eine Partei will für Rechtsstaatlichkeit stehen, wo Sie Mitglied sind. Und auf der anderen Seite sind dort aber 10.000 Mitglieder, die extremistisch eingestuft werden, beziehungsweise den extremistischen Strömungen in Ihrer Partei zugeordnet werden. Also, dass die AfD eine rechtsstaatliche Partei ist, das steht außer Zweifel, sonst wäre ich nicht in der AfD. Das ist das eine. Diese Zahl 10.000 von dem, sag ich mal, durch die Bundesregierung instrumentalisierten Verfassungsschutz, ist eine alte Zahl, die kommt noch aus der Zeit, als man den Flügel versucht hatte, quantitativ zu bestimmen. Die hat jetzt Herr Haldenwang wieder vorgetragen. Was er allerdings nicht vorgetragen hat, ist, dass er vor einigen Wochen noch unsere Jugendpartei, die junge Alternative, als gesichert rechtsextremistisch einstufen wollte und dass er das jetzt per Gerichtsbeschluss zurücknehmen musste. Also, so eindeutig ist das nicht. Und ich habe zwei Aufgaben. Einmal die Rechtsstaatlichkeit der AfD auch in praktische Politik umzusetzen und zum anderen innerhalb der AfD auch dafür zu sorgen, dass wir das glaubhaft rüberbringen. Dass es dann immer Ausnahmen gibt, wie in jeder anderen Partei. Ja, okay, das ist so. Aber das ändert nichts daran, dass unsere Grundrichtung stimmt. Und für diese Grundrichtung stehe ich. Wenn Sie aber sagen Ausnahmen, dann muss man ja sagen, beispielsweise, Stichwort extremistische Strömungen, der Vorsitzende der Thüringer AfD steht ja wegen extremistischer Aussagen vor Gericht. Also das sind ja jetzt nicht Fälle, wo man sagen kann, da hat mal jemand irgendwas gesagt. Das sind ja schon herausragende Politikerinnen und Politiker bei Ihnen. Ja, wenn Sie diesen Fall nehmen, diesen Einzelfall, den ich nicht damit unterminieren will, der ist zwei Jahre alt, hier hat Herr Höcke etwas gesagt, was nun ihn vor Gericht bringen soll, wo kein Mensch mehr in diesem Land weiß, was es eigentlich damit gemeint ist, wenn es heißt Deutschland zuerst oder sonst irgendetwas. Es ist, ich sag mal, es ist fast ein bisschen grausam. Und ich will Ihnen auch eins sagen. Umso mehr diese Bundesregierung mit ihrem Verfassungsschutz, mit ihrem Inlandsgeheimdienst, die AfD versucht so in die Zange zu nehmen, umso mehr Menschen in diesem Land haben davon die Nase voll. Und das führt zu den Umfrageergebnissen der AfD. Fast müsste ich mir wünschen, dass sie so weitermachen, damit die AfD in ihren Umfragen steigt. Und das ist der verkehrte Weg dieser Fraktion und dieser Regierungsparteien. Ich werde ihn beobachten. Das würde aber bedeuten, Herr Lukassen, dass dann eben auf der anderen Seite, je mehr Extremisten, desto mehr weder. Das wäre dann ja sozusagen die Schlussfolgerung aus dem, was Sie eben gesagt haben. Aber wie ich würde sagen, an dieser Stelle müssen wir das Gespräch beendigen. Herzlichen Dank für Ihre Stellungnahme heute Morgen. Das war Rüdiger Lukassen, verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Tschüss, Herr Rasen.